Surah 71, Nur, Noah, offenbart zu Mekka, 28 Ejet. Im Namen Allahs, des Al-Abarmas, des Barmherzigen. Wahrlich, wir sandten Noah zu seinem Volk und sprachen, Warne dein Volk, bevor über sie eine schmerzliche Strafe kommt. Er sagte, Er sagte, Er sagte, Er sagte, Er sagte, Er sagte, Er sagt, Und 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 Ungerechten aber umso tiefer ins Verderben.